Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Break. Wie immer mit dabei ist die Akasha. Picasso begleitet uns. Und Cachy ist auch mit am Start. Ich spiele tatsächlich zum ersten Mal seit, ich glaube, einem halben Jahr wieder Dead by Daylight. Ich muss das erst neu lernen. Da war so viel Friday dazwischen. Aber schauen wir mal. Es hat sich auch einiges getan visuell. Hier gibt es einen Ladebalken, finde ich sehr gut. Gab es früher gar nicht. Ich mag die Hinweise, die da unten jetzt immer stehen. Das ist so schnell wichtig, ich kann das gar nicht lesen. Das Abschließen von Zielen, das Überleben, das Fliehen vor dem Killer und vor allem das Heilen anderer Überlebender als Blutpunkte. Okay. Ich hoffe, das wusstest du noch. Ja, und ich weiß auch, dass das hier früher mal meine Lieblingsmap war. Gut, ich mag sie nicht, überhaupt nicht. Eine ist es immer noch. Oh, Killer. Was haben wir? Warte. Ja, äh. Ist eine Nurse. Okay. Boah, das ist eine Erblichbefüße. Oh, Heartbeat. Oh, hallo, Nurse. Oh, das ging noch mal mit dem Nagelmullenteil. Das ging sehr schnell so. Ordnet sich. Nein. Nein. Oh nein, 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 nein. Ich bin direkt in die Arme gelaufen. Kann ich retten. Oh, Akasha, ich hör dich dran. Upsi. Ja, das liegt an mir. Wenn sie so schreit oder ragt, dann... Ja, Akasha, ich bin auch verletzt. Akasha kommt zu mir. Der Heartbeat bei mir wird aber intensiver. Ja, die ist auch bei mir. Ich bin hinterm Mähdrescher. In der Nähe. Kommt Akasha zu mir. Hi, wie geht's? Hast du sie mir einfach genommen? Das ist aber nett. Wo sind die abzunehmen? Danke, danke. Kann mir jemand sagen, dass das kann ich nicht sagen? Ein Mähdrescher. Äh, bei einem Schweinebaum. Oder Kuhbaum. Baum. Boah, ich hab das Gefühl, es ging früher mal schneller. Eine Minute, 20 Sekunden dauert ein Generator. Wo bist du, wo bist du? Der hier wird länger dauern. Boah, bin ich schlecht geworden. Aber sie ist gut im Porten. Sie ist gut, dass du das Rückgratzen zieht. Und sie kriegt dich nicht. Ja, die portet auch ziemlich... Eigentlich, finde ich. Also, als sie mir hinterhergerannt ist, hat sie null geportet. Was? Ich hab das einmal versuchten. Ein Nurse Calling? Was? Was für ein Noob-Move. Nein! Ey, was? Ach, Simon. Nein. Ah, okay. Ich wollte über die Palette springen und bin in meinen Schrank rein. Ach ja, ARD war das. Na, musst du erst die Palette kaputt machen, Mutti. Ich bin schon auf dem Weg. Ja. Boah. Cyborg, Kack-Noob. Dank. Ich glaube, ich war auch früher irgendwie der bessere Killer, anstatt der bessere Survivor. Da lang, wo ich bin. Was bedeutet denn dieses Schädel-Symbol da unten? Ja, das ist Hanato-Probio. Ja, heil, 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 heil. Ja, sofort heil. Hallo, Em. Ich wollte grad nicht. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ich muss sie eigentlich abzulenken, aber sie rennt zu euch. Gut, ich renn zum nächsten Rad-Tor. Er ist grad an mir vorbei, weggeschwebt. Okay. Vielleicht wollte sie tunneln. Ich war die Einzige, die noch da war. Vielleicht hat sie Prüfspuren gesehen. Das ist möglich. Hallo. Am nächsten Generator. Beim anderen Minidresher. Es kommt. Ich war noch beim Mähdretter hinten rum. So. Oh, jetzt kommt sie wieder. Der Radrohr. Sie bei jemanden von euch? Ja, in der Nähe war sie gerade. Aber ich hab kein Versuch. Das ist nun. Auch ohne Witz. Das ist nicht nötig, Leute, Leute. Äh, dann Totus kaputt machen. Hat, glaub ich, zwei kaputt immer. Ich mach die General immer kaputt, muss doch vorbeilaufen. Warte, grad wieder mich. Sie war grad bei mir. Ich hab mich wieder verloren. Ups. Abgelegt. Noch jemand an deinem Generator? Ja, eigentlich schon, aber die, sie kam grad. Ja, sie turnt hier bei mir rum. Ja, sie switcht immer Generator. Generator. Ich hab sie gestunnt. Okay. Tschö. 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 Das eine Tor ist fast offen. Ich hab leider nicht hingegeguckt, wo ist das eine Tor? Äh, rechts ist auf. Aber sie kommt noch da, schaffe ich nicht. Hat mich erwischt, aber sie hat kein Ding. Ist schon mal gut. Wie kämpft das Tor? Ach das. Wo ist das andere? Äh, rechts. Ah, warte, bleib stehen. Bleib stehen. Kann ich heilen? Hallo. Ja. Oder auch nicht, ich mach mal die Kiste auf. Hallo. Also gehen wir davon aus, dass das eine, wo das eine Tor ist, Norden wäre, dann ist das andere Tor im Osten. Okay, ich versuch, das andere zu finden. Andere ist gleich rechts daneben. Wir beide in die falsche Richtung gelaufen, wie es aussieht. Von dem Tor, was du aufmachen wolltest, ist es rechts. Ist man auch da. Wir haben immer noch das andere Tor. Ja. So, dann laufen wir zu euch. Hallo, kannst du mich kurz heilen? Können dich heilen. Aber ich stehe hier neben der Closet. Also neben euch. Du hast ja die da dir hergelaufen, bist du nicht stehen geblieben. So. So, ich versuch's nochmal. Nicht mir folgen. Da. Was ist denn dieses andere Tor hier? Ja. Du bist gerade genau vor uns beigelaufen. Was? Komm zurück. Ah, ich komm. Da. Bleib echt bei dem Tor, ne? Mhm. Kannst du zu beobachten, ich krieg dafür gewagt Punkte. Klatsch, klatsch. Ich bin entkommen. Echt? Komm, beobachten, wenn ich hinkomme. So, seid ihr alle am Ausgang? Ja, ja. Gut. Ich glaub, die kommt nicht mehr her. Nicht, dass der gleich einen Rage-Exit macht. Ja, eben. Ich marschiere schon mal. Ich krieg schon Raben. Na gut. Ja. Ja. Der Killer war mehr Noob als ich. Wir haben gewonnen. Das ist toll. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.